Im heutigen Video fasse ich dir auf jeden Fall nochmal zusammen, was war denn eigentlich gestern Abend los im Reels-Interview. Was für Fragen wurden gestellt, was für Antworten haben wir bekommen, das fasse ich dir auf jeden Fall zusammen. Unter anderem haben wir auf jeden Fall ein App-Update, über das wir kurz sprechen, wo es auf jeden Fall einige sehr positive Entwicklungen gibt. Unter anderem haben wir den nächsten Collectible-Job vor der Tür. Wir haben außerdem ein kleines Update für den Black Panther Mighty Air-Job. Und noch so viel mehr, deswegen bleiben wir auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende des ganzen Videos mit dabei, um wirklich jede Information für dich da draußen mitzunehmen. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, direkt rein ins Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein VVUG mit den wichtigsten VV News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, da das Video wahrscheinlich etwas länger sein wird, starten wir auch direkt rein hier in das ganze Video. Ja und starten tun wir auf jeden Fall mit einem ganz kurzen und wichtigen Hinweis für euch da draußen. Alle iPhone-User sollten auf jeden Fall ihr Handy jetzt auch updaten, denn es gibt ein kleines, aber feines Update. Und zwar sind jetzt nämlich hier auch die insgesamten Burn-Editions bzw. Remaining-Editions aufgelistet bzw. in den Details sichtbar. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles und auch meiner Meinung nach sinnvolles Update. Deswegen auf jeden Fall hier das iPhone kurz mal updaten und dann seid ihr auf jeden Fall auch auf dem aktuellsten Stand. Was unter anderem auch wichtig ist für die kommenden Jobs, dass ihr dort wirklich keine Fehler habt. Kommen wir zum nächsten Collectible Job und zwar reden wir hier nämlich vom Battlestar Galactica Job. Ich persönlich kenne damit ziemlich wenig anfangen, aber nichtsdestotrotz werden wir zwei Schiffe und zwar am Samstag, dem 3. Dezember und 17 Uhr deutscher Zeit sehen. Das ist an dieser Stelle nicht animiert, wird wahrscheinlich 1 zu 1 sein und ich würde sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall gerade mal hier an, welche Schiffe das sein werden. Das wird nämlich einmal dieses Schiff hier sein und wir werden noch einmal dieses Schiff hier sehen. Wir sehen insgesamt eine Rare und eine Ultra. Ich denke mal die Edition-Anzahl wird auch nicht allzu hoch sein. Und wer sich jetzt fragt, hey, das ist ja eine mega neue Lizenz oder nicht Cap? Ja, naja, nicht so ganz. Also das Ganze gehört nämlich tatsächlich zu NBC Universal und das ist nichts anderes als Universal. Dementsprechend fällt es halt unter die Universal Lizenz. Universal haben wir tatsächlich schon einige Jobs gesehen, wie zum Beispiel Back to the Future, was unter anderem auch zu Universal gehört. Ansonsten wird der Drop sehr wahrscheinlich um die 40 bis 60 Gems herum kosten. Wer das auf jeden Fall mag, kann es ansonsten mitnehmen. Ich persönlich glaube nicht, dass das ein Drop sein wird, der allzu begehrt sein wird, beziehungsweise geschweige denn überhaupt ausverkauft sein wird. Kommen wir auch nochmal zu einem kleinen Update von Alex und zwar nämlich zum Black Panther Air Drop von den Mighties. Und hier wird es insgesamt im Circulation, also im Markt, überhaupt 833 Collectibles geben, beziehungsweise sie haben zu viel geburnt zum momentanen Zeitpunkt und es wird nach dem Burn insgesamt nur 973 Collectibles geben. Der Rest sozusagen von diesen 833, der nicht im Circulation ist, der ist halt bei Vivi, beziehungsweise wird dann wahrscheinlich über die kommenden Jahre in zum Beispiel Events oder dann Air Drops oder was weiß ich, sonst was irgendwie verteilt. Auf jeden Fall wird es hier insgesamt auf dem Markt momentan erstmal nur 833 Collectibles geben. Das wird wie gesagt noch angepasst. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall eine sehr coole Aktion und zwar nämlich wieder von uns als deutsche Community und zwar nämlich die Charity Aktion für die DKMS gestartet. Und jeder, der dort sozusagen über 30 Euro spendet, der hat die Möglichkeit in einen Pool zu kommen, wo ich persönlich dann auch ein Vivi T-Shirt verlose mit zum Beispiel den Unterschriften von David Yu, My Collectibles und auch Reese Skellern und auch Dino Lang. Also hier auf jeden Fall ein T-Shirt, wer das Ganze haben möchte, ich blende hier einfach mal oder ich hole einfach mal ganz kurz das T-Shirt her. So sieht das ganze T-Shirt einmal aus. Sie seht auch schon, hier sind einmal die Unterschriften mit dabei. Also wer auf jeden Fall Interesse hat, das Ganze auf jeden Fall zu gewinnen, der kann hier auf jeden Fall das Ganze gerne machen und für eine gute Sache spenden. Es wird außerdem noch zwei andere Sachen geben, zum Beispiel eine Vivi Sonnenbrille und zum Beispiel hier so ein Gummiband sozusagen von Sleep in Comics, was er wirklich auch nur offiziell auf der D-Con verteilt hat. Und das wird aber jetzt nicht für alle Leute, die über 30 Euro gespendet haben, sozusagen verlost, sondern diese zwei Dinge, also die Brille und das Band werden für alle Leute ja im Prinzip unter den Leuten verlost, die sozusagen überhaupt spenden. Letztes Jahr hatten wir 560 Euro eingenommen und gespendet. Das ist auf jeden Fall eine Zahl, die wir definitiv toppen können. Jeder da draußen, denke ich mal, hat mindestens 5 Euro übrig und ihr müsst immer daran denken, jeden kann Krebs treffen, auch dich da draußen. Und deswegen ist es super wichtig, hier auf jeden Fall auch für diese Leute zu spenden, die es getroffen hat, muss man ganz einfach so sagen. Und ihnen vielleicht hier an dieser Stelle zu helfen und auch vielleicht das Leben zu retten. Also an dieser Stelle überlegt euch das vielleicht doch nochmal. Ich werde euch den Link für diese Instagram Spendenseite unten einmal in die Beschreibung packen und dann könnt ihr euch dort sehr gerne beteiligen. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und bedanke mich auf jeden Fall bei dir, falls du dort eine kleine Spende da lässt. Was wir außerdem sehen an den momentanen Marktdaten, grüße gehen raus hier auf jeden Fall an die ViviFox, ist, dass es auch auf dem ViviMarkt deutlich negativer aussieht als den Monat davor. Insgesamt haben wir 16,3% weniger aktive Wallet zum Vormonat und das ist schon ein deutlicher Rückgang, muss man einfach so sagen. Genauso wie bei den Market Traders, Buyers wie auch Sellers sind es in etwa 17 bis 18%. Das ist eine ordentliche Zahl und das heißt auch hier auf dem ViviMarkt sieht es deutlich negativer aus. Wann jetzt wirklich dieser Zug endlich mal nach unten stoppt, das können wir nicht wirklich sagen. Es sind viele Faktoren, die die hier auf jeden Fall mit reinspielen. Ich persönlich betreibe hier auch was das Collectible Sammeln angeht. DCA bzw. kaufe auch wirklich momentan einfach nur die Sachen, die ich persönlich auch haben möchte. Bzw. die ich zum Beispiel in meinem Showroom bzw. in meinem ViviWorce Home dann zum Beispiel ausstellen möchte. Ist meiner Meinung nach ein perfekter Zeitraum. Um jetzt hier sich auf jeden Fall ordentlich aufzustellen, dass man auch wirklich ein schönes Zuhause im ViviWorce hat. Ja und zum Beispiel auch die Daten hier bei diesem Sheet von Paddingcheeks sind eindeutig, dass es auch hier was die Gem Purchases angeht deutlich zurückgegangen ist. Wir hatten jetzt hier wirklich einige Tage, wo wir unter 100.000 US-Dollar waren, die in die App geflossen sind. Und auch an Nicht-Drop-Tagen tatsächlich. Wir waren sonst hier immer über 100.000. Es gab einzelne Tage mal, wo das kurz unter 100.000 gefallen ist. Aber sonst seht ihr eigentlich hier überwiegend 100.000 bzw. tatsächlich sogar über 200.000. Also hier auch an den Gem Purchases sieht man eindeutig, dass es auf jeden Fall deutlich weiter zurückgeht als bisher überhaupt. Und ja, das ist natürlich ein klar negatives Zeichen. Aber wie weit es wie gesagt noch runter geht, das können wir auch zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen. Wenn dir das ganze Video übrigens bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr, sehr gerne ein Like. Denn das unterstützt meine Arbeit und teilt das ganze Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, geht es auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Part des Videos. Ja und nun kommen wir zu dem, was gestern Abend los war. Denn ich war nämlich mit dem guten Reese Skellern, Energy, Chris Vivireisen und Viviversum Live. Und wir haben, wie schon gerade den Namen erwähnt, Reese Skellern, den Kommunikationsmanager von Vivi. Hier einmal interviewt, beziehungsweise viele Fragen zu Vivi, aber auch zum Omi-Token gestellt. Und hier waren auf jeden Fall einige sehr interessante Antworten mit dabei, auf die wir jetzt auf jeden Fall eingehen. Eine Frage zum Beispiel war, ob es möglich sein wird, Games im Viviverse zum Beispiel zu machen, um damit dann Omi zu burnen. Und ja, das wird auf jeden Fall möglich sein. Und das habe ich auch schon in einem anderen Video angesprochen, was extrem bolisch ist für das Vivi-Vivers, dass du da draußen als Programmierer eine Art Plug-in selber schreiben kannst, das dann in dein eigenes Vivi-Vivers mit einbauen kannst. Und dementsprechend hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit hast, was sehr, sehr positiv ist, meiner Meinung nach jedenfalls. Und das wird auf jeden Fall auch so mit dem Omi-Token sein, beziehungsweise bestimmten Games sein, die du selber programmieren kannst. Was sehr, sehr positiv ist, weil du natürlich auch als anderer User in den Showroom zu jemand anderem gehen kannst und dort dann zum Beispiel ein Spiel spielen kannst, was dann wiederum Omi-Token burnet. Das ist sehr positiv. Eine weitere Frage war zum Beispiel aber auch in Bezug auf Spiele von mir, ob zum Beispiel noch weitere Spiele bis jetzt geplant sind, die Omi-Token burnet. Und da hat du es ganz klar gesagt, zum momentanen Zeitpunkt gibt es keine weiteren Spiele, die auf jeden Fall in Planung sind, beziehungsweise keine weiteren Interessen. Aber wenn natürlich Interesse besteht, wird das Ganze ausgebaut. Das heißt, wenn du zum Beispiel da draußen eine mega gute Idee hast oder zum Beispiel jemanden kennst, der eine gut laufende App hat, wo man den Omi-Token integrieren könnte, dann kannst du dich auf jeden Fall bei Omi, beziehungsweise Vivi melden und dann wird da einfach eine Connection hergestellt, beziehungsweise werdet ihr euch dann einfach connecten können. Ansonsten ist zum Beispiel auch doch das Labbit-Breeding, also das heißt, das Labbit-Züchten in den Fokus gerückt. Eine Frage, die meiner Meinung nach ziemlich untergegangen ist, deswegen habe ich sie an dieser Stelle einmal gestellt. Und da meinte Reese, dass einfach dort die Infrastruktur momentan noch fehlt. Denn eigentlich war das für das Ende des Jahres jetzt angepeilt, aber da fehlt anscheinend einfach die Infrastruktur noch, um das Ganze wirklich umzusetzen, um dann sozusagen hier wirklich Labbits zu züchten, beziehungsweise Labbits zu paaren und dann einen neuen Labbit zu erstellen. Das wird wahrscheinlich dann aber in 2023 geschehen, zum Beispiel im Viviverse. Wer sich außerdem fragt, ja, bald kommt das Merging von Accounts, werden denn zum Beispiel auch meine MCP-Punkte von dem anderen Account mit übertragen? Und das ist nämlich der Fall, was meiner Meinung nach sehr, sehr positiv ist, weil hier auf jeden Fall dann auch, ja, im Prinzip, wenn ihr auf einem sehr, sehr großen Account sehr, sehr viele MCP-Punkte gesammelt habt, diese direkt rüberkommen mit auf den anderen Account, was für mich auf jeden Fall auch eine sehr große Änderung ist und auch eine sehr positive Nachricht ist, da das Merging in den kommenden Wochen kommen wird. Außerdem fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, ja, was ist denn eigentlich mit dem OMI Wallet, beziehungsweise mit dem Secure Wallet? Wann gibt es da weitere News? Und da hat Reece ganz klar gesagt, zum momentanen Zeitpunkt gibt es dort erstmal keine News und sie werden wahrscheinlich auch erstmal den Fokus komplett aufs Viviverse legen und dort halt wirklich erstmal, ja, den Fokus drauf haben und das OMI Secure Wallet wird wahrscheinlich erstmal hinten anstehen, wird aber wahrscheinlich nicht ganz unbedeutend sein in der Zukunft für Vivi, beziehungsweise auch Ecomi und wird schon noch auf jeden Fall seinen Zweck, beziehungsweise seinen Sinn auch erfüllen, wofür das eigentlich gemacht wurde. Außerdem kann ich noch eine sehr positive Nachricht auf jeden Fall hier verbreiten, denn Reece hat gesagt, dass es möglich sein könnte, dass Deutschland tatsächlich hier für die Vivicon in Frage kommt, beziehungsweise es ist auf jeden Fall ein Land, was hier auf jeden Fall in Frage steht, beziehungsweise speziell Berlin, weil es natürlich die Hauptstadt ist und dementsprechend hier auch sehr, sehr viele Leute einfach wohnen. Ob das Ganze dann wirklich so umgesetzt wird, das werden wir sehen, aber wenn du auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben möchtest, wenn die Vivicon hier auch in Deutschland stattfinden sollte, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst du das Ganze auf jeden Fall nicht. Und es gab auf jeden Fall noch zwei andere sehr interessante Fragen, wie zum Beispiel, was Reece denkt, wann der Circulation Supply auf jeden Fall hier zur Hälfte zum Beispiel gebürnt sein könnte und das wäre seiner Meinung nach so in etwa fünf bis zehn Jahre und er hat außerdem gesagt, dass wahrscheinlich im nächsten Zyklus, das heißt im nächsten Bullrun, Omi wahrscheinlich unter die Top 20 Coins fallen wird, weil es halt einfach ein sehr nachhaltiges Produkt ist, beziehungsweise auch ein nachhaltiger Token ist, der auch einfach einen gewissen Zweck erfüllt, beziehungsweise, ja, wo man einfach sagen muss, da steht auch einfach was hinter. Außerdem gab es noch eine weitere Aussage von Reece und die schauen wir uns jetzt am besten einfach mal kurz selber an. Wir haben jetzt versucht, es zu lassen es run von einem Engineering Standpunkt. Es ist einfach eher zu actually build in Omi Utilities jetzt und let das run out. Aber das ist es. Once es runs out, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen mit dem System. Und es wird literally just be, die Circulating Supply auf Tokens ist, die nur Supply auf Tokens. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört, wenn die Reserve Wallet sozusagen leer ist, ja, dann wird sie im Prinzip aufhören zu existieren und es wird direkt geburnt. Das heißt, wir gehen nicht mehr den Weg über die Reserve Wallet, um dann sozusagen dort Omi Token zu burnen, sondern es wird dann ausschließlich der direkte Weg in die Burn Wallet genommen, was meiner Meinung nach auch ein sehr interessanter Hinweis ist für jeden, der auf jeden Fall sich fragt, was passiert denn eigentlich mit der Reserve Wallet, wenn einfach dort auch keine Token mehr da sind beziehungsweise keine Token mehr reinkommen. Und ja, das war es tatsächlich auch schon heute mit diesem etwas doch längeren Video, aber sehr viele Informationen auf jeden Fall mit dabei. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.